Hi meine Lieben und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Danke, dass ihr heute wieder mit dabei seid, das freut mich wie immer sehr. Heute habe ich ein Großprojekt mit euch vor. Und zwar werden wir heute ein großes Bild malen. Die Technik wird eine Mischung aus Dutch Pur und Blooming. Das heißt, wir werden heute jedes Gebläse, das uns zur Verfügung steht, anwenden. Hinter diesem Bild steckt eine kleine Geschichte. Wir werden das heute nicht für mich oder für uns machen, sondern das wird ein Geschenk für einen ganz besonderen Menschen in meinem Leben. Wir haben uns kennengelernt, sagen wir mal so, er hat uns nicht gerade die Sonnenseite des Lebens geküsst. Und mittlerweile ist sie wirklich eine sehr gute Freundin von mir geworden. Und für sie startet bald ein neuer Lebensabschnitt. Und dementsprechend möchten wir natürlich den Wunsch erfüllen und ihr dieses Geschenk machen. Ich habe dazu vorbereitet, sie hat sich das gewünscht, ein wunderschönes Gold, ein Bronze, ein Silber und ein Weiß. Alle meine Farben habe ich mit Glitzerpartikeln, Glitzerstaub versetzt, damit es später noch ein bisschen glänzender wird. Und nun, meine Lieben, würde ich sagen, ich mache uns eine gemütliche Musik an. Genieß die Show. Viel Spaß dabei. Bis zum nächsten Mal. 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 genauso gut wie mir und ich hoffe es gefällt euch genauso gut wie mir. Wenn dem so ist, lasst mir gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Ich werde demnächst öfters in meinem Video diese Technik anwenden, dieses Dutch Pur Bloom ist einfach überwältigend. Also, das war jetzt auch das Endwort. Wenn ihr noch mehr solcher Videos sehen möchtet, verlinke ich euch gerne hier oben noch eine Playlist. Ich habe schon mal so ein ähnliches Bild gemalt in weiß Tönern. Wenn ihr das noch nicht gesehen habt, ist es auf jeden Fall ein Besuch wert. Und dann danke ich euch fürs Einschalten. Ich freue mich aufs nächste Mal. Macht's gut!